Information zu S7 nach Zelle über Leerte. Abfahrt 13.04 Uhr fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu IC 2359 nach Berlin Hauptbahnhof Tief. Abfahrt 13.04 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist ein Unwetter. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu IC 2359 nach Berlin Hauptbahnhof Tief. Abfahrt 13.04 Uhr wurde heute aus. Wir entschuldigen für irgendwelche Inconvenienz. Information zu RB 31 nach Hamburg Hauptbahnhof über Langenhagen Mitte. Abfahrt 13.09 Uhr fällt heute aus. Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf. Wir informieren Sie über Alternativen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten RE 3 nach Hamburg Hauptbahnhof über Langenhagen Mitte. Abfahrt 13.40 Uhr von Gleis 4 direkt gegenüber. Information zu RE 10 von Bad Harzburg. Ankunft 13.10 Uhr fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu S6 von Ehlershausen. Ankunft 13.15 Uhr fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu S6 von Zelle. Ankunft 13.15 Uhr fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Re 10 nach Bad Harzburg über Hildesheim. Abfahrt 13.47 Uhr fällt heute aus. Wir informieren Sie über Alternativen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten RE 10 nach Bad Harzburg über Hildesheim. Abfahrt 13.48 Uhr von Gleis 7. Information zu ICE 770 nach Hamburg Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 13.20 Uhr. Weiter als Ersatzzug. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Information zu ICE 770 zu Hamburg Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Departt 13.20 Uhr. Today is a replacement train, due to technical damage to the train. Information zu ICE 2924 nach Hamburg-Altona. Abfahrt 13.20 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Information on ICE 2924 to Hamburg-Altona. Departure 13.20 Uhr, delayed today by about 5 Minuten. Information zu ICE 2900 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 13.20 Uhr, heute erste Klasse in Abschnitt F&G. Information on ICE 2900 to Hamburg-Altona via Hamburg Main Station. Departure 13.20. First Class Coaches today in Platform Section F&G. Information zu ICE 2924 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 13.20 Uhr, heute circa 20 Minuten später. Grund dafür ist eine verspätete Bereitstellung des Zuges. Information on ICE 2900 to Hamburg-Altona via Hamburg Main Station. Departure 13.20 Uhr, delayed today by about 20 Minuten. Due to delayed preparation of the train. Gleis 7. Gleis 7, Einfahrt des Ersatzzuges für ICE 800-82 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof. Abfahrt 13.20 Uhr, heute erste Klasse in Abschnitt F&G. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu RE1 nach Norddeich Mole über Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.20 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine Streckensperre. Information zu RE1 nach Norddeich Mole über Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.20 Uhr fällt heute aus. Wir informieren Sie über Alternativen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten. ICE 630 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.45 Uhr von Gleis 8. S2 nach Nienburg über Wunstorf. Abfahrt 13.58 Uhr von Gleis 2 und RE8 nach Bremerhaven-Nähe über Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 14.20 Uhr von Gleis 12. Information zu IC 143 nach Berlin Hauptbahnhof über Wolfsburg Hauptbahnhof. Abfahrt 13.22 Uhr fällt heute aus. Grund dafür sind Schnell und Eis. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu IC 143 zu Berlin Central via Wolfsburg Hauptbahnhof. Bedeutung 13.22 Uhr von Gleis 1. Abfahrt 13.22 Uhr von Gleis 13.20 Uhr wird heute geschlossen. Kürtus Nervo und Eis. Wir entsprechen für irgendwelche Inkonvenienz. Information zu IC 63 4 89 nach Berlin Hauptbahnhof über Wolfsburg Hauptbahnhof. Abfahrt 1322 fällt heute aus. Grund dafür ist eine Streckensperrung. Wir informieren Sie über Alternativen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten ICB 557 nach Berlin-Ostbahnhof über Berlin Hauptbahnhof. Abfahrt 13.31 von Gleis Nord. Information auf IC 63 4 89 zu Berlin Central via Wolfsburg Hauptbahnhof. Departure 1322 has been cancelled today due to a line closure. Information follows regarding alternative transport. Your next connections ICB 557 to Berlin-Ostbahnhof via Berlin Central. Departure 13.31 von Platform 9. Information zu IC E 700 89 nach München Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 13.26 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Wir informieren Sie über Alternativen. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten ICB 77 nach Zürich über Göttingen. Abfahrt 13.41 von Gleis 3 und ICB 1589 nach München Hauptbahnhof über Göttingen. Abfahrt 14.26 von Gleis 4 direkt gegenüber. Information on ICE 789 to Munich Main Station via Göttingen. Departure 13.26 has been cancelled today due to technical damage to the train. Information follows regarding alternative transport. Your next connections ICB 77 to Zurich via Göttingen. Departure 13.41 von Platform 3 and ICB 1589 to Munich Main Station via Göttingen. Departure 14.26 von Platform 4 directly opposite. Information zu ICE 1580 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt 13.36 Uhr fällt heute aus. Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsablauf. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 1580 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt 13.36 Uhr wurde heute aus dem Verzögerungen im Betriebsablauf. Wir entschuldigen für irgendwelche inconvenienz. Information zu ICE 680 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt 13.36 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 680 nach Hamburg-Altona über Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt 13.36 Uhr wurde heute aus dem Verzögerungen im Betriebsablauf. Wir entschuldigen für irgendwelche Inkonvenienz. Information zu ICE 2080 nach Wir bitten um Entschuldigung. Wir bitten um Entschuldigung. Information von ICE 2040. Gleis 3 Einfahrt des Ersatzzuges für ICE 2881 nach Zürich über Pöttinge Abfahrt 13.41 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt Plattform 3 Plattform 3 Plattform 3 Plattform 4 Plattform 4 Plattform 5 Plattform 4 Plattform 5 Plattform 6 77 nahe Zürich über Göttingen. Abfahrt 13.41 Uhr. Heute als Ersatzzug von Gleis 4. Direkt gegenüber. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Information on ICE 77 zu Zürich via Göttingen. Abfahrt 13.41 Uhr. Heute als Ersatzzug von Gleis 4. Direkt gegenüber. I repeat. ICE 77 zu Zürich via Göttingen. Abfahrt 13.41 Uhr. Heute als Ersatzzug von Gleis 4. Direkt gegenüber. Information zu RE 70 von Braunschweig. Ankunft 13.41 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine polizeiliche Ermittlung. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu S 51 nach Haveln über Hannover Bismarckstraße. Abfahrt 13.44 Uhr. Fällt heute aus. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 50.30 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.45 Uhr. Heute als Ersatzzug. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Information zu ICE 50.30 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.45 Uhr. Heute als Ersatzzug für IC 90. Ersatzzug für IC 90.30 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.45 Uhr. Das Ersatzzug für IC 90.30 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.45 Uhr. Abfahrt 13.45 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Das Ersatzzug für IC 90.30 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.45 Uhr. Fällt heute aus. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Information zu ICE 600.30 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt 13.45 Uhr. 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 Abfahrt 14.45 Uhr. Abfahrt 14.45 Uhr. Abfahrt 14.45 Uhr. Abfahrt 13.45 Uhr. Abfahrt 13.45 Uhr. Abfahrt 14.45 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 Uhr. Abfahrt 14.